T-T-T-A-N-Shoffle Bock auf ein Labyrinth? Ihr bekommt eins. In der Nähe des Leuchtturms wird mir was angezeigt. Und das sind die letzten beiden Monde drin. Dann haben wir nämlich alle bis auf das zweite Beachvolleyball-Ding. Aber ich lasse das auch mit Absicht weg. Weil ich habe kein Loch mehr drauf. Auf diese Beachvolleyball-Zeugs. Und genauso wenig Bock habe ich auch auf Seistring. Ich hoffe ihr könnt mir das verzeihen. In der Nähe des Leuchtturms Und dann habe ich noch mehr Schmerzen gebaut. Das ist schwer zu sehen. Ich habe noch die Parkour-Zeit in Fünchen. Diese Nachrichten, wenn die Parkour-Zeit erschutzt, mehr sich die Parkour-Zeit noch nicht mehr. Aber natürlich, ob die Parkour-Zeit verliebt, die Parkour-Zeit-Gernerin. Bingo! Gut, dann haben wir den Mond schonmal. Bis zum nächsten Mal und ciao!